Nein, die schafft eine Jugend! Eine einvernehmliche Ehe! Eine einvernehmliche Ehe! Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst! Ich bin Dr. Patty Frank Elizabeth und ich werde mich um dich kümmern! Gehen Sie weg von mir! Immer noch trotzig nach all der Zeit! Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen! Du musst ihn vergessen, Liebes! Er wird kommen! Der Witt hat mich um dich kümmern! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sechs Monate? Sechs Monate? Was ist das? Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht. Flüchtete, gab von seiner Umarmung. Da ist der Schalter. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. So sollte ich runter und zu Elisabeth kommen. Soll ich das? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Entweder gibt er dann nach oder er wird auf ein Nichts reduziert. Das war's für mich. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.